Ja, also, ich möchte gerne einen Mund nehmen. Und wenn ihr den total wollen, lasst euch alles mit, dass ihr da seid. Nein, ich möchte gerne den Stieflustven-Einhalter. Ich möchte gerne wollen, wir haben Angst, dass du mal nicht das anstttest. Wenn du das anstttt, lass uns mal rein. Malik!